dieser wagen hier der knarzt ganz komisch im kurven fahren in links und rechts kurven dann knarrt der immer so so bei 70 80 stunden kilometer hallo hallo und einen wunderschönen bei uns ist es guten morgen da haben wir mit einer fettspritze also mit so einer spritze wie man blut abnimmt heute gehen wir an den renault espace genau den wir bei auto 1 gekauft haben wir haben den mal komplett durchleuchtet und da ist doch einiges zu machen das heißt bei uns an der werkstatt ist der asphalt fertig wir können da wieder mit den autos einwandfrei fahren das heißt wir fahren jetzt in die halle lesen das auto mal aus was er jetzt seitdem die susi das auto fährt so im fehlerspeicher gesammelt hat die ein oder andere quer strebe mit dem lager das muss ich mir nachher noch mal genauer anschauen wenn ich die reifen unten habe aber da ist es angegebene knarzen durch auto 1 was ja auch so im mängelbericht drin war wir fahren jetzt wie gesagt in die halle lesen das ding aus dann nehme ich mir den zulassungsschein und wir fahren zu unserem renault händler das ist der sonnleitner in welz und dort werden wir mal versuchen ob man das ein oder andere teil bekommen und hier stück für stück die fehler auswärts also viel spaß mit dem genau wie ihr seht hier ist doch einiges aufgelaufen carlos holst du mal das auslesegerät bitte und den dongle und dann steckt man sein lesen aus du suchst an der falschen stelle mein freund weil beim renault sind die auslesebuchsen komplett versteckt na 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 hier legt das gerät auf dem sitz aber die flasche weg schau mal wenn ich hier runter gehe und hier nimmst weg das gummi genau schaust da ist die obd so und da kannst du es einstecken jawohl leuchtet schon perfekt und jetzt gehe mal genau und jetzt so dass ich es auch sehr tut man ein bisschen schräg halten genau und jetzt gehst du auf car history renault antippen so und jetzt machst du kilometer stand haben 122 250 genau und dann unten den haken jawohl so diagnose so dann fehlercode jawohl gesamtabfrage jawohl und unten jetzt den nach rechts den play button drücken und wieder den play button drücken und dabei noch die zündung einschalten das ist auch noch wichtig jetzt haben sie eingeschaltet jawohl jetzt warten wir mal ab was alles findet hier gehen wir mal rein diesel da haben wir ein code dtc fehlercode da müssen wir halt dann mal bei bei renault fragen bzw weil das ist das steuergerät dieses edc ist definitiv das steuergerät und was der da aber jetzt hat system eingeschränkt vernetzte baut elektrik fehlerhaft notbetrieb waren leuchte leuchte das ist toll mögliche ursachen spannung gut ja den löschen wir mal keine ahnung was das soll aber wir haben sie hier auf kamera so aha hier haben wir es jetzt da sagt da was ein park hilfe sensor vorne links außen der spinnt rum also den kaufen wir bei renault dann auch gleich mit aber wir löschen den spaßes halber mal wenn er später noch mal auslesen dann kommt vor gehen wir noch mal rein was sagt der batterie temperatur sensor batterie temperatur sensor fehlerhaft da können wir bei renault auch mal nachfragen was das soll batterie temperatur sensor dann löschen wir auch mal und dann airbag jetzt gehen wir noch mal bei airbag kontrolleuchte stromkreis airbag niemals wieder bla bla also da haben wir aber gar keine fehlermeldung gehabt haben wir nicht wer weiß man auch mal so und dann sieht er gut aus dann haben wir nichts mehr okay dann fahren wir mal zu renault und carlotti machen wir noch schnell den reifendruck ja ich starte schon mal ein kompressor dann machen wir überall 22 rein oder so der carlos hat ja herbstferien da muss man die kinder ein bisschen beschäftigen besser wie vom computer hocke ne so auf 22 hoch stop langsam genau und noch mal da kannst leid auch anmachen siehst du hier jawohl noch mal komm und noch mal bis sie jawohl und gleich weg damit ja dann mach nochmal schluss und gleich weg damit jawohl sehr gut genau und an den schaden hier werden wir auch noch gehen das haben wir selber richten da habe ich den lack die sprühdosen schon und zwar habe ich mir die hier gerichtet auch mit dem notwendigen schleifpapier schon alles das werde ich alles selber machen dann auch hier vorne und dann haben wir schon geschafft so und jetzt weg nehmen jawohl jetzt erst mal hände waschen genau hände wieder sauber kollege sehr schön genauso aus ungarn kaufen und dann was sollst du mich erinnern was soll ich da auch noch mitnehmen beim sonnenleitner die federn für die bremsen hinten die fehlen die haben die haben die federn hinten nicht nur eingebaut das ist das müsst ihr euch mal vorstellen ölfiltern weil wir werden bei dem fahrzeug auch ein service noch mal kaufen alles beim sonnenleiter original jetzt schauen wir mal nach dem reifendruck und der passt jetzt gut mit 22 rundherum ein und frei ich lerne das auto gerade kennen habe mit renault eigentlich so noch nie was gemacht aber der s pass hier also gefällt mir wirklich sehr gut man sitzt super man hat super platz ist ein sieben sitzer wir haben schon mal was mit renault zu tun gehabt ja aber ich habe einmal ein cockpit ausgebaut bei einem clio und den lüfter gewechselt ja das war ein scannik oder ein scannik ja ich weiß den habe ich geschenkt bekommen genau da musste ich leute stellt euch mal vor da musste ich das ganze cockpit ausbauen um den lüftungsmotor zu tauschen das war heftig maja also wir sind unterwegs zum renault und sonnest pass haben wir ja an und verkauft der war war total in ordnung er war so schnell wie er da war gleich wieder weg zwei stück sogar logischer deswegen deswegen übrigens schreibt mir mal bitte in die kommentare also jetzt der das video gerade schaut wo ihr herkommt also nur den ort ich würde mal gerne in den kommentaren nachverfolgen wo denn unsere einzelnen zuschauer herkommen würde mich sehr freuen ich bedanke mich auch an dieser stelle für den super support bislang wir haben innerhalb von einem jahr wir sind jetzt ein jahr alt geworden wir haben 6000 knapp 6200 abonnenten aufbauen dürfen und verdienen natürlich auch mit youtube schon mal ein bisschen geld muss ja auch sein für den aufwand den wir hier treiben und ja an dieser stelle könnt ihr mir natürlich auch einen daumen hoch da lassen aber wichtig schreibt mir in die kommentare einfach den ort fertig wo ihr herkommt dass ich mal sehe wie sich das ganze hier so streut aber ich muss dir wirklich sagen das macht wirklich sinn so ein wartungsschlüssel oder so ein schraubenschlüssel und dazu wartung fällig dass eben der schraubenschlüssel da oben das bedeutet weil von mercedes her kennen wir das nicht da ist es ja so dass der einfach im text das eben im display anzeigt in textform und für mich ist das natürlich neu und wer arbeitet darf auch kaffee trinken oder essen wir haben nämlich bevor wir zu Renault fahren einen kleinen stop eingelegt hier sind wir wunderschön im neuen ibis hotel in welt und frühstücken was hat das frühstück für dich gekostet 7 euro 50 genau und für mich 15 euro sehr schöner bereich und leckere sachen du lässt es aber gut gehen du ist das dein zweiter gang der papa holt mir jetzt schön brav den orangen sagt papa danke dass du mir den orangen saft geholt hast jetzt sind wir doch wieder zurück in die eine werkstatt gefahren und weißt du warum mich hat der mechaniker bei renault mit dem wir gerade vorhin gesprochen haben komplett verunsichert weil was hat das auto da hinten der hat eine allradlenkung eine hinterradlenkung ja der nennt sich ja auch vor control das heißt dieses knarzen dieser wagen hier der knarzt ganz komisch im kurven fahren ölfilter haben natürlich von service besorgt und was wichtig ist wir brauchen hier ein öl 5w 30 mit der freigabe 27 aber das nur mal anbei es ist so ich nehme das fahrzeug jetzt mal hoch hier hinten rechts das rad runter und schauen wir mal an wo das da knarzt oder ob wirklich so eine spange fehlt oder irgendwas also und die arbeit also das rad habe ich jetzt hier unten ich vermute ja fast dass das knarzen hier von diesen gelenken kommt weil hier ist es ja so dass wir wie gesagt eine hinterradlenkung mit dabei haben aber die wird wahrscheinlich nur unter last funktionieren und hier haben wir ein bisschen so jetzt schauen wir mal ob da irgendwelche spangen fehlen sollen oder hier sind da irgendwelche klammern weil klötze sind hier nämlich neue reingekommen aber das sieht mir eigentlich ganz normal aus jetzt ist halt die frage die spangen sind drunter das sieht eigentlich auch alles ganz normal aus mach mal die parkbremse los drückst du mal nach unten genau und jetzt mach mal die lenkung grad weiter 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 ich sagte wenn du grad bist alles klar stopp so und jetzt mach mal vorwärtsgang rein geh auf die bremse und lass mal die bremse langsam los bist du ein drive lass mal los genau ok und jetzt lenkt mal dabei langsam rechts links ok das tut sich nur unter last hier dann alles klar kannst wieder aus machen also das funktioniert alles einwandfrei der macht die automatisch rein das ankerblech sieht man sogar neuwertig aus das hat was mit der lenkbewegung zu tun hier mit diesem achsteil ich gehe mal schwer davon aus hat es was damit zu tun dass eben hier das alles im verbund ist und das gehört vielleicht einfach mal nur geschmiert und dann gehen die geräusche weg und das mache ich jetzt mal ich habe jetzt alles mal ein bisschen geschmiert sei es da hinten drin sieht man das hier da hinten drin genau auch auf der anderen seite ich vermute schwer dass diese geräusche eben von dieser vor control lenkungsgeschichte hier kommen weil die feder selber hier vom stoßdämpfer die sieht super aus da ist überhaupt nichts gut es ist alles ein bisschen grintig und dreckig aber dass wir halb so wild und auf der anderen seite genauso meinen hier können wir die bremsscheiben demnächst gemacht hier haben sie nur frische backerl drauf gemacht die sind noch recht gut ich baue das rad jetzt wieder drauf und fahr einfach mal guck mal ob die schmiererei hier was gebracht hat und ihr könnt mir auch gern mal in die kommentare schreiben ich bin ganz ehrlich ich kenne mich beim renault nicht aus ich meine ich schaue mir die dinge an zählt dann eins und eins zusammen und versuch den fehler herzuleiten aber vielleicht ist ja einer bei euch dabei der sich hier super auskennt und auch schon mit so einer vor control als mit so lenkungshilfe da an der hinterachse zu tun hatte und vielleicht kann er mir hier ein paar tipps geben weil es ist so in links und rechts kurven dann knarrt der immer so so bei 70 80 stunden kilometer und ja das würde ich gern wegkriegen ich hoffe ihr konntet das knarzen jetzt hören ich kann mir im moment nicht vorstellen wo das herkommt ja vielleicht hat einer von euch ein tipp bitte in die kommentare ich muss abwarten ich muss mir da ein bisschen input und informationen holen ich war jetzt hier noch in einem waschpark und habe jetzt mal richtig mit dem dampfstrahler von unten gegen diese ganze lenk geschichte alles mal pico bello sauber gemacht mal volle kanne rein gehalten ich vermute nämlich mal dass da auch ein haufen dreck drin war ich bin jetzt gerade mal eine runde gefahren ich bin jetzt wieder hier ich mache das jetzt noch mal also ich bin der meinung durch diese dampfstrahler maßnahme auf dieses ganze gestänge und auf den misster unten drin habe ich das ganze jetzt also bei der aktuellen letzten probefahrt ich höre nichts mehr also nicht dass es irgendwie dreck oder korrosion war wo sich da drin irgendwie ja bei bestimmten achs bewegungen einfach so wie ihr das geräusch gerade vorhin gehört habt bemerkbar gemacht hat ich werde jetzt einfach mal das im auge behalten ob das wieder kommt oder ob das schon des rätsels lösung war solltet ihr aber wie gesagt noch irgendwelche anmerkungen zu dieser ganzen geschichte da unten haben freue ich mich über jedes kommentar carlotti somit war es das mal für heute oder und wie war das geräusch jetzt nach der letzten probefahrt war es noch da und dann hat sich langsam vertschüsst und jetzt gerade bei der letzten fahrt wieder hierher hat man nichts mehr gehört und noch ein kleiner nachspann ich bin jetzt hier bei renault in vöcklerbruck und habe mich mit einem ganz netten meister unterhalten der hat gesagt da kann man ewig auf die fehlersuche gehen es ist so dass man sich hier abhilfe schaffen kann und das haben wir schon mal gemacht bei einer s klasse beim federbein vorne das hat ja auch so geklarzt gehabt da haben wir mit einer fettspritze also mit so einer spritze wie man blut abnimmt der ganz dünnen nadel haben wir praktisch ein bisschen fett oder öl in diese gummis in diese manschetten rein gespritzt und dann war das auch weg und das werde ich jetzt hier als maßnahme auch noch versuchen also es ist jetzt weg ich hoffe es bleibt weg vielleicht war das einfach nur dreck aber wer weiß dadurch dass jetzt vielleicht wasser durch starke draufhalten mit dem druckstrahler vielleicht ist durch das wasser jetzt einfach das geräusch ausgeblieben aber ich werde trotzdem mit einer spritze da noch ein bisschen schmieren rein pfeifen das sind drei aufnahmen hinten für diese lenkung die da praktisch an der nabe mit angeschlossen ist und dann müsste das erledigt sein bis zum nächsten video